Hallo, ich bin die Alexandra und ich bin die Mareike und zusammen sind wir JustListen. Wir sind das vierte und fünfte Jahr dabei auf dem Trieberger Weihnachtstauber und wie jedes Jahr macht es uns riesig Spaß. Auch wenn das Wetter dieses Jahr leider nicht so mitspielt, aber da kann man halt nichts gegen machen. Und es hindert uns natürlich nicht daran, auf die Bühne zu gehen und unser Programm durchzuziehen. Und ja, dieses Jahr 900.000 Lichter, nächstes Jahr vielleicht die Millionen. Das wäre cool. Wir hoffen drauf. Das wäre saukool. Auch wenn ich immer nach den neuen Lichtern suchen muss. Ich finde sie nie, aber sie sind da. Sie sind auf jeden Fall da. Sagt man zumindest. Wir wünschen noch ganz viel Spaß auf dem Trieberger Weihnachtstauber. Lasst euch vom Wetter nicht abhalten. Es ist trotzdem wunderschön und es lohnt sich auf jeden Fall. Das Programm ist super klasse und wir gehen jetzt die Kollegen abchecken. Genau, wir gehen jetzt die Kollegen abchecken. Und wer dieses Jahr nicht da war, kommt nächstes Jahr bitte. Muss doch, muss sein. Tschüss. 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 Und vielleicht am Samstag nochmal, im Kurs, 16 bis 20. Dankeschön.